Moin, ich bin jetzt hier noch mal nach Bad Sassendorf gefahren bei Soest und zwar ist ja hier die Biogasanlage von Henning Farnholt und der hat ja heute seinen Eigenstrom-BHKW an den Trafo angeklemmt und die Messeinrichtung dafür und weil wir gerade hier sind und viele Biogasanlagen sich für den Strompreismanager interessieren, werden wir Henning heute noch mal bitten uns zu erklären für seine Kollegen wie er mit dem Gerät umgeht und was er für Anpassungen macht für seine Software. Das sieht beim Henning in der Anlage aus, da unten der grüne Koffer, da ist der Roter drin und da war die Loxone drin, ist sie jetzt nicht mehr. Hier hat er seine Monitore, hier ist das Kommunikationsmodul, das spricht mit den Messgeräten und sendet die Daten von hier aus an die Datenbank für das Strom-W-Tagebuch und für die Loxone. Das ist hier so ein mobiles Gerät, das ist einfach mit Magneten zu befestigen, da ist eine Antenne, das kann überall ganz kurzerhand eingebaut werden, angebaut werden und dann geht das in Betrieb. Das geht über WLAN und über Funk. Mit den Messgeräten über Funk und mit seinen Switch dahinten über WLAN beziehungsweise das Switch an den Router und hier an das LAN. Da ist er auch schon. Da ist der Trafen, hier haben sie die Kabel verlegt und hier ist die Messstelle. Hier wird das Eigenstrom-BKW angeschlossen. Da, ne? Der neue Schrank. Guck mal hier, die Frau wird noch gelegt. Ja. Ist die Frage, ob wir da was messen müssen? Ne, ne? Ne. Mal bei Henning hier, der zeigt mir nochmal, wie das funktioniert mit dem Strompreismanager. Guck, hier hat er den. und der arbeitet jeden Tag fleißig da dran und die Stromfähig hat ihn heute wieder so gelobt, weil er so schön runtergefahren ist, als der Strompreis so hoch war. Hier, in der Biogasanlage, alle BKWs laufen auf Hochtouren. Guck mal jetzt. Guck, da kennt er sich schon super mit aus. Ja, ja. Da sind wir jetzt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ruhig den Henning anrufen. Wir geben euch dann die Rufnummer einmal. Und viel Zeit hat er nicht, aber er hat Erfahrung mit der Software, mit der Loxone, hier unten. Und wie das mit seiner Software zu verheiraten geht. Das kann er mal machen. Geht der Strompreis heute nach unten, am 14.12. hat er große Mühe, die ganze Nacht das Futter in die Behälter zu bringen. Jetzt ist er hier unten in der Loxone drin. Da sieht er genau, jetzt ist dieser Zustand. Der Strompreis ist auf Maximum. Es ist grün. Das heißt, oben in der Biogasanlagensoftware läuft ein Spezialprogramm für hohe Strompreise ab. Vier Spezialprogramme sind hier eingestellt. Hohe Strompreise, maximale Strompreise, minimale Strom. Da hat er es extra programmieren lassen von seinem Superprogrammierer. Die sind da voll auf Draht. Vier Spezialprogramme im Preismanagement angesteuert von der Loxone, die die Daten von der Stromfeed-Datenbank erhält. Das ist jetzt die Seite von einem Fermenter. Wisst ihr, ne? Ja. Ich habe jetzt günstig, bunter Überschnitt und Maximum. Maximum ist ja aktuell aktiv. Ist ja hier in der Loxone auch aktiv. Ja. So, und ich habe hier eine Pausenzahl von 300 Minuten. Ja. Was extrem lang ist. Nach 300 Minuten rührt er 15 Minuten rührt er 1, dann mit 8 Minuten rührt er 2. So, und in dem Zustand über dem Tagesdurchschnitt, Pause 45 Minuten, Untertagesdurchschnitt 30 und bei günstig habe ich das auch bei 30,5 Minuten. Nach, ja, kann ich nur rühren, Untertagesdurchschnitt oder wenn es günstig ist. Ach so. Da habe ich die anderen Auswahlmöglichkeiten gar nicht. Ja. Und in der Vorgabe habe ich nur günstig. Okay. Das kann ich gar nicht rühren. Ja, richtig. Es sei denn, wenn irgendwas sein sollte, dann kann ich hier über dieses Schieber zum Beispiel Endlager rühren, stelle ich das aus, dann würde er natürlich rühren in der normalen Maske, die ich so habe. Ja. Ja, das meine ich, dass man da eine Hand hat. Ja, das ist ja so das normale Programmierfell, wie es sonst immer war. Ja. Ja. Im Moment alle vier Anlagen haben. Ja. Was hast du denn? 1,5. 1,5. 1,5. Und da Temperaturen im Fermenter hast du? Ja, das waren 52 Grad im Fermenter. Wir fahren Terrofil. Nassgera ist bei 14, Anlage war 33. Ja, das war gut. Ja, das habe ich eben gesehen. Da siehst du ja auch einen KW, die Abgänge, die für KW da rausgehen. Genau. Ohne Visualisierung der zeitlichen Verläufe keine einzige Chance. Monitoring-Wärmenetz, meine Lieben. Ganz wichtig, die Winter werden sehr kalt demnächst, weil das Gas so teuer ist und die Wärme richtig viel kostet. Tischkühler laufen lassen ist das Dümmste, was man machen kann im Winter. Leider. Genau das. Zeitliche Verläufe. Ja. So sieht das aus, wenn der Elektriker das anständig verlegt hat, integriert im Schaltschrank und dann mit den Modulen hier oben verknüpft. Acht Kontakte sind jetzt erstmal frei, vier werden schon benutzt. Der fünfte geht gleich weg für das Eigenstrom-BRKW. Das haben wir schon besprochen. So sieht das aus. Wir sind hier beim Biogas-Profi. Da hinten ist das Eigenstrom-BRKW. Alle Maschinen laufen voll Dampf. Hier wird voll das Netz gestützt. Volle Kanne. Und das geht. Hier ist die Gaserzeugung. Wir reinigen einmal ein bisschen. Schön langsam, immer in Bewegung halten. Das hat jetzt 300 Minuten nicht gerührt, ne? Trotzdem ist das so in Bewegung. Einmal frei. Das hat 300 Minuten nicht gerührt, weil 300 Minuten lang die Programmier-Ebene Maximum aktiv war. Und jetzt ist aber Schluss mit 300 Minuten. Irgendwann muss Gas wieder von unten nach oben kommen. Und da wird hier mal ein bisschen umgewälzt. Programmstufe 4 ist, wenn der Strompreis Maximum ist. Dann müssen wir mit der elektrischen Energie haushalten. So sieht das hier aus.